Hallo und Willkommen zurück zu Detekt... äh, was? Wir werden ja genau. Äh... Hast du das jetzt ernsthaft gemacht? Das ist gemein! Wusstest du nicht, dass das geht? Warte! Ich hau einfach mal Gronel drauf! Warte, warte! Ey, nein! Jetzt wollte ich dich abschießen! Ich hab noch nicht mehr auf dich Hallo gesagt und du... Das geht überhaupt nicht und du kannst nicht... Das ist aber Boden hämmern. Hämmern. Entschuldigung, ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Ich hab gedacht, ich hau einfach mal drauf. So. Ja, gut. Also es funktioniert. Willkommen Susi übrigens auch. Hallo! Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber es macht so einen Spaß! Okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Mal sehen, du kannst bestimmt noch das ein oder andere Mal... Hämmern. Hämmern. Ja! Ja! Oh Gott, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oh! Ähm... Ha! Karma und so! Ja! Eindeutig Karma! Du musst durchgehen, glaube ich! Ja! Und du auch, oder? Ja, du auch! Musst dir dann rüberpfeifen, oder? Ja, das bleibt oben. Das ist so cool! Gut. Gut. So, warte mal. Hier sind so zwei. Du musst hier die... Hä? Ah, jetzt ist es runter. Okay. Wo? Okay. Kann ich sie zurückrufen? Okay. Ja, ne? Du kannst. So, oder? Ich muss... Ah, ja. Okay, oder? Okay, du musst hier rüber... Kannst du hier rüber... Achso, ich kann hier rüberkommen. So, du musst dich da auf diese... auf dieses... dieses Ding da stellen. Ja, genau. Ah! So... Kann ich dir jetzt hier hochfällen? Nee, du müsstest irgendwie zu mir. So, irgendwie... Ich kann nur hier so drauf. Ah! 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 Dann musst du schnell jetzt hier rüberflitzen, wahrscheinlich. Nee. Oh, ich muss hier irgendwo... Ah, ich muss hier den Nagel reinschießen. Okay, warte, wir müssen es nochmal machen. Äh... Okay. Ich muss hier rauf. So. Juhu! Gut, ich bin bei dir. So, jetzt muss ich hier wieder reinschießen. Ja. So. Oh Mann. Aber wo sind wir jetzt verdammt nochmal? Ich frag mich halt... Wer hat so ein kaputtes Haus? Ach guck mal, du musst irgendwo raufhauen, damit ich hier hoch springe. Hier hinten, hier hinten ist so ein... ist so ein... ist so ein... so ein Dingsi. Ist eine Herausforderung. Kipp die Klappen. Ja. Oh, du hast mich nach oben geschossen. Hä? Keine Ahnung. Nee, ich muss da hin. Warte. Okay. Okay. Ach so. Ich muss dann... Okay. Ah. Ich muss dann schießen. Schlag mit deinem Hammer auf die Ziele umzupunkten. Was für Ziele. Auf die gelben dann... Ja. Wo muss ich hinschießen? Ja. Ich glaube ich werde sie fertig sein. Bollsau. Das ist ja so. Niedlich. Alright. Na jaa. Jaaaa. Oh, ich zeige so eine Ele. Jaaaaaah. Jaaaa! Nailded. 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 Das war cool. Okay, das ist aber, glaube ich, ich bin schon einfacher. Du musst ja hin und her laufen. Ich kann einfach von oben schießen. Das Niese ist, wenn du halt die wegschießt, wo ich gerade draufhauen will. Aber es ist halt eine Challenge. Wir müssen halt gegeneinander antreten. Also von daher, passt schon. Noch eine Runde? Machen wir immer zwei Runden bei den Dingern? Ja, würde ich sagen. Wenn Gleichstand ist, machen wir eine dritte Runde. Wie einfach der Nagel in meiner Hand wie Gummi ist. Oh, war. Ich bin mal hin gehauen. Hier hast du eindeutig einen Vorteil. Wo ist die hier raus? Aber es ist cool mit diesen Minispielen. Ja. Ich fände es cool, wenn man die noch mal machen könnte irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja vom Hauptmenü dann aus oder so drauf zugreifen. Das wäre cool. So, also ich hau hier mal einen Nagel rein. Nein! Hö! Okay. Ich drücke. Ach. Wie soll ich da denn? Oh, ich verstehe. Ich noch nicht. Warte, ich muss das Ding dort oben... Okay. Ja, aber... Aber jetzt habe ich ja trotzdem... Hä? Warte. Ich muss das hier irgendwie anhalten. Oder? Du musst das erste doch auf... Ah, nee. Ah, unten, doch unten rein. Ja, warte. So, erstmal kannst du dort drauf. Sobald es gleich wieder hoch geht, ziehe ich hier den... Ah, nee, warte, warte, warte. Ich mache erst hier drüben den zweiten Nagel rein. Ja. So, jetzt komme ich wieder zurück. Ja. Jetzt kannst du rüber. Äh, nein, ich hab... Entschuldigung. Ich hab wieder... Ich hab wieder... Irgendwie kriege ich's... Nein, Entschuldigung. Nicht mal bin ich... Okay, du bist jetzt dort. Du musst jetzt eigentlich nur noch rüber, ne? Ja, aber ich glaube, ich bin... So, jetzt kannst du dort drauf... Hau... Ich sieh's halt nicht richtig. Ah, ja. So, jetzt muss ich da... Ah, jetzt muss ich das Ding... Nagel dran machen und du musst dich dann rüber schwingen. Genau. Äh. Warte, jetzt muss ich... Oben? An das... Warte, ich mach an das zweite noch ran. So. So. Sieh gut aus. Ja. Alter. So, jetzt komm... Warte, warte, warte. Was ist da drauf? So, jetzt bin ich hier... Oha, oh mein Gott. Oh, ich mach an. Oh. Hä, wo muss ich... Nee, du musst... Warte mal, ich kann hier drauf, warte mal. Was passiert hier, wenn ich hier drauf hau? Sieht hier irgendwas? Ich seh nix. Doch, die Klampe da hinten geht hoch. Du musst den hinterher rennen und ich muss zum richtigen Zeitpunkt drauf drücken. Wenn die hinten sind. Da ist er, damit das hoch geht. Okay. Okay, dann... Du musst da... Nee, du musst den gleich... Nee, nee, nee. Was? Du musst... Du musst... Du musst, sobald die weg sind, musst du sofort hinterher jumpen. Jetzt! Ich dachte, ich muss irgendwo mein Nagel reinhauen. Äh, ich brauch dich... Hä? Warte mal. Oh, warte. Wir müssen jetzt hier die Plattform rausholen. Da. Drei Nägel hast du. Und rein theoretisch ja da, was auch immer da passiert. Ach du Kacke. Ja, warte. Warte, da hole ich den ersten zurück. Nein, ich... Ich wollte den ersten zurückholen. I'm sorry. Kannst du zielen, welchen du zurückholen? Naja, ich glaube, da, wo ich am nächsten bin. Okay. Die Nummer? Ja, okay, warte. Dann mache ich jetzt dann das hier oben. Ja. Obwohl... Nee, warte mal. Nee, du müsstest aus die andere Fläche... Ich nehme den ganz links raus und mache erst mal die äußerste Wand. Dann musst du dort ranspringen. Dann mache ich die zweite Wand auf. Ich komme hier nicht weiter. Du musst dann auf jeden Fall irgendwie oben... Warte, warte, warte. Hier. Ich mache jetzt hier die Plattform. Pass auf, ich mache jetzt den... Ja. Nein, schnell, schnell. Komm so nicht mehr rüber. Okay. Oh Gott, warte. Ich hole den anderen Nagel hier unten noch. So. Jetzt müsstest du die linke, die erste Plattform wieder raus machen. Achso, die hochwärts, die... Ja. Und die über dir, ne? Genau. So. Dann genau das und das. Dann kannst du einfach rechts und dann der andere, genau. So. So. You know, you two have pretty good teamwork. So. Was? So, dann musst du hier die Flaschen kaputt machen. So, genau. Ja. So. Das ist gar nicht so leicht, ey. Nee, aber ich finde das voll cool. Ja. Also... Ah, wir sind auf der Dings. Ja, wir sind auf der Toolbox. Was geht mit der Toolbox? Oh, Bossfight. Ich finde, der Kamera-Ausschnitt ist halt richtig schwer. Ja, was machen? Au. Das ist halt Zufall, ob du getroffen wirst oder nicht, oder? Ja, aber was machen? Wir haben einen Katten auf dem Boden. Ja, aber was können wir denn jetzt machen? Oh, vielleicht kann ich auf den schießen. Nee, es bringt halt gar nichts, auf den zu schießen. Ah, musst du die Nägel festhauen und dann kommen die nicht mehr, oder was? Ich hab keine Ahnung, aber die gehen alle weg. Der hat doch keine Lebensanzeige. Hä? Ich weiß nicht, worauf ich schießen soll. Also, ich kann ja... Ich hab's halt noch nicht verstanden. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hier schieße. Wir sollten vielleicht einfach mal weiterlaufen, ne? Äh, wo? Einfach nach unten. Oh, no, really? Ja. Okay, und dann... Oh. Okay, das ist doof. Ich hink das. Oh, mein Tod. Wow, wir waren gerade zum ersten Mal beide tot. Ja. Okay. Oh, komm, Nägel. Komm, Nägel. Ich komm halt... Oh, ich komm halt einfach nicht da hoch. Oh, warte. Aua. Oh, Gott, da sind wir jetzt. Oh, no. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt zu getroffen wurde. Okay, warte, was müssen wir jetzt... Ja, ich muss da draufhauen. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo hinschießen muss. Ich häng grad... Warte. Ah, nee, du musst ganz lange... Oh, no. Oh, no. Du musst da auf jeden Fall einen Nagel rein, da kommt die Plattform. Oh, warte, 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 warte. Oh. Warte, ich muss warten. Gott. So was... Oh, das stresst mich ja so ein bisschen, ne? Ein bisschen? So, warte, das sind so Gezackte, da kommen noch Nägel. Nägel. Okay. Oh. Oh. Ja, das ist unser Level, seid ihr. Das ist unser Level. Ich bin gerade das erste Mal so ein bisschen gestresst. Qua? Ich bin noch gesprungen, du Drops. Au. Oh, oh Gott. Ich bin in den Nagel gesprungen. Okay, Anna. Ah, okay. Vorsicht. Nicht dein Ernst. Du musst kurz warten. Ich warte, ja, alles gut. Du machst das. Ich hab hier, glaube ich, grad einen guten Safe-Spot. Okay. So, du musst jetzt, ich muss da draufhauen. Und dann musst du da drüben den Nagel reinschießen. Du musst hier den, den Nagel reinschießen. Ja. Ne, ich wurde vom Nagel getroffen. Ja, ich auch. Okay. Perfekt. So. Uh, uh, uh. Ah, Nägel. Hä, und jetzt? Ist sie rüber? Okay, ja. Oh, warte, ich muss hier den Nagel rein. Au, wurde getroffen. Okay. Warte, ich glaube, du musst es von hier machen, oder? Das wird sonst durch. Oh. Nägel. Oh ja, wow, ich komm wieder und... Okay. Okay. Jetzt böse. Ähm. Warte. Ähm. Äh. Das ist... ...ne komische Toolbox. Hä? Was machen wir denn jetzt? Du musst auf die Gelenke hauen, irgendwie. Ja, und du musst da drauf zielen, auf das Gelbe. Äh. Au. Au, 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 au. Oh, jetzt hier, du musst da, da, hier. Genau. Musst rüber. Ah. Warte, da. Du musst dich rüber schwenen. Ich bin, ich bin gefallen, ich bin gefallen. Bei mich, bei mich. Nein, das hält nicht mehr. Es ist vorbei, warte, warte. Entschuldigung. Wenn die nächste Hand kommt. Okay. Du musst halt, dass man was machen muss. Ja. Oh, Nägel. Ja. Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwo draufhauen. Eins ist weg. Okay, das müssen wir nochmal machen. Oh. Die wird reichert. Ja, klar. Der sägt jetzt hier Löcher rein. Ist das sein Ernst? Nägel. Löcher. Hilfe. Äh. 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 Ist das... Was? Die... Oh, Hölle. Ist das eine Ernst? No kidding. Au, au, au. Okay. Warte. Okay. Normales Level, oder? Ich glaube, jetzt kommt sein Wischer. Ja, jetzt kommt der Wischer. Das ist noch schlecht. Au. Okay, kommt jetzt immer. Tschüss. Hold on tight. Los. Nein. Susi. Das ist gar nicht so leicht. Nein. Ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Das ist gar nicht so leicht mit dem Springen und dem Bepesthalten. Nein. Wie viele Löcher will der hier noch reinmachen? Na ja, der macht noch ein paar. Oh, aua. Okay, Löcher. Keine Löcher mehr. Der dreht halt. Oh Gott, oh Gott, oh. Oh, ich bin bloß. Aua. Okay, Löcher. So. Okay, eine Seite. Das war's nur für ein Ultrasprung. Weiß es nicht. Oh oh. Explosion. Feuer. Ich hab Angst vor nem Quicktime-Event. Oh, ich muss in die Schaufel dann oben rein. Oder? Ähm, ähm, ähm. Äh. Ich mag sowas nicht. Oh. Oh, oh. Ähm. What the? Was? Äh. Äh. Scheiben. Oh, ich. Aber seitdem fangen wir nicht noch mal von vorne an. Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Das werden wir gleich sehen. Achtung, da hat's auf dich abgesehen. Ja, ja, ja. Jetzt nicht. Du? Oh, die. Drauf hauen auf das Gelbe, auf das Gelbe, auf das Gelbe. Äh, hörte. Oh. Hey. Ja, aber da passiert nichts, wenn ich da drauf haue. Ach, du hättest auf die Schaufel gemusst und dann rüberfliegen. Oh. Okay, okay. Nächstes Mal. Erzähl beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Jetzt. Jetzt. Einer hat geschroffen. Nägel. Äh, ähm, äh. Ja, klar, spielst's. Also. Voll. Ähm, ja, natürlich. Säg halt noch mehr ab. Ähm. Aua. Okay, wir haben ja gleich gar nichts mehr übrig hier. Äh. Entschuldigung. Jetzt noch der... Ja, ja. Alles klar. Äh, Achtung, er schlägt, er schlägt, er schlägt. Lässt's drauf, 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 drauf. Äh. Wieso wirft den der immer nur... Er trifft maximal zwei Nägel. Oh, mein Gott, ich bin fast in die Säge, wenn wir laufen. Nichts hätte hier. Oh das war set. Oh ja. Oh ja. 'll we问. ja es war knapp ah wie süß oh süß I feel brand new. Look at me. I'm whole. I'm whole. You saved us from that rust and toolbox. Thank you, Mei. You are a true hero. Oh, thank you, Heather. Hey, what about me? Huh? I was part of this too. Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course. Sebastian, can you help him out? They have to get to the other side. Um, flexible. Step on board. Really? Okay, you sure? Come on, it's safe. Okay. This doesn't feel safe. I'm not sure. Just relax. Okay. Don't worry. He's very precise. Sebastian, sling it. Oh, no. She's leaving. Rose, wait. We need your help. It's us. Mom and Dad. Don't close the door. No, 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 no. Help us out. Rose. Oh, you stupid buck. Oh, you've locked us in, you idiots. Now we're stuck in here. Stuck mess is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss. The one that's open. Okay, FYI. There is only one door in this shed. And one window. Good thinking. May. Woo. Let's go to the window. Woo. Mit diesem Buch einfach. Das Buch ist, äh, crazy. Mhm. Okay, das ist cool. Woo. Warum stand hier da? Ich soll flitzen. Woo. Wah. Oh. Also das ist nicht so meins. Oh, ich hätte hier drüber springen müssen. Das wusste ich nicht. Das ist ein bisschen wie... Wie heißt das Subway Surfer? Oder wie heißt das Spiel? Warte, ich muss da bringen. Oh Gott. Oh. Wieso kann man denn daneben springen? Ja. Ich seh nix. Ich bin da noch reingesprungen. Ja, du bist schon viel weiter. Guck, wo ich denn hier noch rumdümpel. Keine Zeit. Ich kann nicht gucken. Ich muss mich bei mir sehr konzentrieren. Oh Gott. Oh. Okay. Gut, ich hab's geschafft. Ja. Okay. Verdammt, da kam mehr Strom. Hier geht's weiter. Ja. Ah. Wie bin ich denn jetzt nicht da rüber gekommen? Okay. Okay. Also, was? Ich... Ich bring irgendwie immer daneben. Einfach, drück einfach nur A ohne zu lenken. Okay. Na, ich hab immer Angst, wenn ich das in der Kurve mache. Nee, einfach A. Also, ich halte RB die ganze Zeit gedrückt. Ja. Hi. Hi. So, und hier muss einer... Oder wir müssen zu zweit hintereinander und beide den Knopf drücken am Ende. Hörst du vor? Geh, geh, geh. Du mal zuerst. Hä? Nee, warte mal. Der eine muss hier oben hin. Oh, hier hinten ist noch eine Bahn. Ach so, warte. Oh. Aber ich hab jetzt halt auch auf den Knopf gedrückt. Ist das jetzt nicht... Ja, nee. Guck mal, hier oben ist noch ein zweiter Knopf. Du musst die linke Bahn... Nee, du musst die andere Bahn nehmen. Ich muss die nehmen. Aber die sind ja jetzt beide auf grün. Ach so, ja. Die müssen ja beide auf rot, demnach. Ja. Okay. Got it. Oh. Ich war zu früh. Jetzt geht's. Ich bin jetzt auf deiner Bahn. Ja, das ist doof, weil... Wir müssen hier zusammen... Warte, ich... Ich muss zuerst, glaube ich. Warte. Oder? Eigentlich stelle ich auch zeitgleich. Okay, dann los. Ich hab gedrückt. Ich auch. Wie kann ich grad sagen. Ich bin auf einer Bahn. Glaub ich. Ja. Wenn ihr seid hier. Boah, das ist... Oh Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Äh, warte. Äh, ich hänge hier fest irgendwie. Ich komm hier nicht... Ähm... Ich weiß nicht, was ich mach. Du musst dann nochmal RB drücken. Also loslassen und drücken. Dann springst du... ...aufs andere Rad. Ja, hab ich. Drückst du noch eine andere Taste? Nein. Wenn ich nur RB drücke... Ich drück jetzt dauerhaft RB. Lass mal los, RB. Und dann drückst du RB zum Springen. Nein. Hab ich. Passiert nichts. Wenn der mir anzeigt, RB drücke ich. Und dann passiert aber nichts. Ich tue mal A oder flitzen. Sie hat auch nichts. Nein. Dann wäre es ernsthaft zum Ende der Folge ein Bug. Boah, ich hänge fest. Also ich kann hier... Siehst du das? Wenn du auf das andere RB zurückspringst, nach links... Ja, versuche ich. Warte. Geht auch nicht. Ich hänge einfach fest. Ja, gut. Ich würde sagen... Ich dreh hier mal meine Runden. Und versuch mal hier wegzukommen. Und sobald ich hier weg bin, hören wir auch auf mit Spielen heute. Ja, ich hänge halt wirklich einfach fest. Ich weiß nicht warum. Ich kann nichts machen. Wollen wir das Kapitel einfach nochmal neu machen in der nächsten Folge. Weil... Ja, also wir können ja gucken, dass wir halt dann irgendwie... Ja, einfach da nochmal irgendwo einsteigen. Ja. Ich kriege einfach noch so ein bisschen meine Runden. Aber ich kann... Es ist egal, was ich drücke. Also selbst wenn ich dieses... Siehst du das, wenn ich dieses Flitzen drücke? Und dann RB oder so? Oder nur dieses Flitzen? Ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier einfach... Siehst schon Funken hinter dir her. Ja, aber ich komme... Also selbst wenn ich springen, geht gar nicht. Und flitzen... Ich kann... Kann nichts machen. Äh... Ja! Du musst dann da oben. Warte. Ich weiß nicht, warum es jetzt gefunkt hat, aber... Es hat gefunst. Egal. Cool. Dann sind wir jetzt hier. Dann sind wir jetzt hier. Okay, und dann gucken wir einfach in der nächsten Folge, was wir dann jetzt hier machen. Richtig. Gut. Dann, äh... Aufregung. Schön war's. Ja, schön war's. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Und dann... Wie immer... Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich winke übrigens schon wieder. Ach, ist das schlimm. Tschüss.